Im Jahr der Frauen-WM in Deutschland schickt sich ja auch die gute alte Dame Borussia an, deutsche Meisterin zu werden. Dabei ist der Star, der Trainer, ist der BVB völlig bekloppt. Ich kenne nicht wenige Schalker, die morgens so zerrissen sind, dass sie sich tatsächlich vorstellen könnten, dass Schalke morgen hoch in Dortmund verliert, weil sie dann ein Problem vom Hals hätten. Maggert. Maggert. Ja, das ist... Kann man da sicher sein? Nee, man kann natürlich nicht sicher sein, weil Maggert ist ja, sagen wir mal, der Mubarak von Gürzenkirchen. Oder andere sagen auch Stalin, weil ihn das menschlicher macht. Mir ist das eigentlich völlig gleich, muss ich sagen. Ich war 1966, war ich Dortmund-Fan, da war noch die Mannschaft Lothar Emmerich, Sigi Held, Hobbit, Kovac, Hans-Holkowski etc. Ja. Und dann bin ich halt kommentiert zu Blau-Weiß in Bochum und Sie können gerne eine kleine Pause machen.